Warnung! Feindkräfte nähern sich! Sie sind nicht von hier, also haben Sie vermutlich noch nie vom Iceman gehört. Der hat vor ein paar Jahren die Nachbarschaft terrorisiert und das Pärchen ermordet, dem die Trockenreinigung gehörte. Es heißt, er sei zurück, hat ein paar Bullen umgelegt und sein Zeichen hinterlassen, damit es jeder erfährt. Vielleicht nur ein Zufall, dass er zur selben Zeit aufgetaucht ist wie Sie, aber wer weiß. Also, beweisen Sie, dass ich mich irre und schnappen Sie ihn! Warnung! Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich! Warnung! Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich! Drei, so viel du willst! Falltreffer! Oh, Gott! Oh, schiefst du, Leute! Los, hier! Hörst du, Leute! Hörst du, Leute! Hörst du, Leute! Wir machen das! Weiter Druck! Wir machen viel, Leute! Hörst du, Leute! St Das war kein Fehler! Wir töten sie! Hörst du, Leute! Widence Sant N conduz dich nachlassen! Mach mach, nicht nur doblez! Sagen Sie fast nur los! Das war's für heute. 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 Ich will keinen Streit. Das war's für heute. 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 Du hängst nicht lange durch. Ein oder zwei. Schafft sie zu rücken, ist alles in Ordnung? Gut. Gegen sie möchte ich nicht kämpfen. Hey, unterschätzt die Rikers nicht. Gut, dass sie bei uns sind. Treibt sie da raus. Spiele hier nicht, die Heldin. Da drüben hast du einen Mörder. Ich werde nach Selten bringen. Dieser Anschlöcher. Echt super. Damit fühlt ihr euch stark, was? Elende Verbrecher. Oh, Vorsicht! Gut, dass sie hier waren, als der Scheiß losgeht. Ich stehe tief in ihrer Schuld. Oh, Vorsicht. Vorsicht! Zivilisten sind sicher. Oh, was sagt man dazu? Wenn Sie hier weiter die Leute retten, geben die Ihnen noch meinen Job. Nicht, dass ich das je zulassen würde. Ich habe keinen Schimmer, was die hier wollen, aber es wimmelt von denen. Die Lage hier wechselt gerade... Hi, wie geht's Ihrem Arsch? Hab einen Tipp von einem Einheimischen, der über abgeworfene Vorräte gestolpert ist. War zu viel für ihn. Oder vielleicht hatte er auch nur Schiss, zur Zielscheibe zu werden. Jedenfalls, Sie haben keinen Schiss, oder? Alle Einheiten. Rikers wurden bei Hilfsgütern im Park in der Avenue C gesichtet. Wir brauchen ein Abholteam. Junge, du siehst keinen Magen mehr. Bingo! 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 Ich sage nur, dass wir Verantwortung übernehmen und erkennen müssen, dass wir hier eine ganze Klasse von Bürgern vernachlässigen. Wir verweigern US-Bürgern vorsätzlich ärztliche Hilfe. Die Anstalt ist überbelegt und die Insassen sind krank und sterben so wie wir hier draußen. Ich glaube, Sie setzen leider völlig falsche Prioritäten, Yvonne. Sie deuten damit an, dass es wichtiger für uns ist, unsere wenigen Ressourcen nicht unseren Krankenhäusern hier in der Stadt zukommen zu lassen, sondern stattdessen mördern und vergewaltigern. Wollten Sie uns das damit sagen? Das ist eine massive Vereinfachung der aktuellen Problematik, John. Sie bringen die Diskussion nicht voran. Ach, und Sie haben nur unsere Interessen im Kopf. Wenn es nach mir ginge, würden wir das Personal zu Ihren Familien schicken und die Insassen sich selbst überlassen, bis alles vorbei ist. Ich kann nicht glauben, dass Sie das gesagt haben. Liege ich so falsch? Würden das nicht die meisten sagen, wenn es zu einer Abstimmung käme? Sollten wir ein paar unserer Zuhörer holen lassen? Das meinen Sie? Ich will sagen, wie weit das Weg war. An alle Einheiten. Rikers verkaufen Waffen bei der Unterführung 26. East und FDR. Niemand muss hier jemanden mehr schießen. Ich war ein Kinderspieler aus Rikers, Rikers. Division-Verstärkung wird im Park in der 23. benötigt. Die JTF wird von Rikers belagert. Mal sehen, wie schnell du laufen kannst. Acht sie! Acht sie geht los! Ich bin getroffen! Keine geht mehr in euren Kroll! Zeig ein�be! Acht sie! Acht sie! Acht sie! Schön, dass Sie wohl auf sind. An alle Einheiten, die Rikers haben die Klinik in der 26. East übernommen. Wir müssen sie sichern. Ich bete für Sie. Warnung, eintreffende Gegner. Nicht nachlassen! Probiert es von der anderen Seite. Er ist verletzt. Ihr habt mir gar nichts. Warnung, eintreffende Gegner. Ich gehe jetzt dran. Das ist ein Blatt an die Nase. Das ist ein Blatt an die Nase. Warnung, Ware wird beschossen. Nichts, ich komme! Ich gehe jetzt, ich gehe jetzt! Ich gehe jetzt! Moment mal, ich brauche Munition! Warnung, eintreffende Gegner! Warnung, Ware wird beschossen! Er ist getroffen! Bist es! Gehe! Gehe! Ja! Der Strafmich! Sie haben die Vorräte gebracht und nicht mal das Beste für sich behalten. Und das ist gut so, weil wir das Zeug wirklich dringend gebraucht haben. Ja, hey, ich war doch einfach. Ich bin der Strafmich! 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 Mit mir stimmt das nicht. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Sie werden mir wirklich fehlen. Hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Es ist schwer, in diesen Zeiten jemandem zu vertrauen. Aber Sie haben mir echt was bewirkt. Ich habe nur ein paar von euch unterhalte, während Sie gespannt warten, welches beschissene Schicksal Ihnen als nächstes kommt. Habt ihr, verehrte Damen und Herren, schon einmal von einem Typen namens Aaron Keener gehört? Solltet ihr aber...